Jo yeah! Und willkommen beim nächsten Part vom Attentäter! Und naja, eine sehr schöne Begrüßung ist die Warnung, dass unsere Fähigkeitspunkte zurückgesetzt wurden. Gut, okay. Ähm, ja, keine Angst, dieser Chai existiert noch, weil ich von einigen gefragt wurde, wenn der nächste Part rauskommt. Ich hab letzte Zeit ziemlich oft, ähm, auch die, äh, PvP aufgenommen, deswegen ist das... bisschen zurückgegangen, dass ich den Let's Play habe, aber keine Angst, dieser Chai ist und bleibt noch. Auf jeden Fall. So, 19 Member in der Guildsendorn. Fuck! Yeah! Ähm, das ist Sirius, ähm, er macht gerade auch ein Let's Play, Sirius Gryffindor LP. Ähm, ja. Ähm, da, äh, das erschreckt schon ein bisschen. Und, jo. Also, ähm, ich würde sagen, wir nehmen mal gleich unsere Fähigkeitspunkte. Ähm, bla bla bla. Guck mal mal. Ne, das brauchen wir erstmal nicht. Okay. Muss wohl... Sehr klein, das war Strunklöckung. Genau. Ähm... Gesundheit herstellen ist so, naja. Geh... Genau. Ähm... Ich glaube, wir können uns genau schon was Neues trainieren. Und dann... Gehen wir hier lang und dann würde ich sagen, könnte auch sein, dass wir bald mit, äh, Belmero fertig sind. Und was die Gilde betrifft... Erstmal holen wir unsere Post ab. Okay. Oh. Ähm... Ähm, ja. Bisschen antworten, das muss immer sein. Ungefähr einen Monat war das jetzt, meine ich sogar. Ähm... Ähm... Weil ich hab auch eher PvP gemacht. Und, ähm... Creds gefarmt. Also, mein Teil ist jetzt bei... 4 Millionen, äh... Klammer auf. Ich habe 2,4 Millionen für die Raven-Handschuhe ausgegeben. Und, ähm... Ja. PvP. Na, schreibe was nochmal hinter. Mache und... Let's... Player. Und Chris Farmer. Jetzt sollte auch... Äh... Häufiger der Attentäter kommen. Ähm... Na, schreibe was mal anders auf. Der Char online sein. Da ich wieder Lust bekommen hab. Damage machen. Und, ähm... Und, ähm... Ich würd mal wissen, wer von euch alles auch... Let's... Spielt oder auch Let's Playen möchte. Und, äh... Poppokomare Damage zu machen. Punkt. So, dann schreib was mal hin. Grüße. Man Terris. Äh... Äh... Gryffindor. Und... Etwas... Gryffindor-lp geschrieben. Rolgaard. Ähm... Ein Geschenk sollte man annehmen. Trads schickt man mal los. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Tausend. Und dann... Geben wir die Quest ab. BVP, ähm... Bla bla bla. Sollte man ein Flashpoint machen. Ich schätze mal im nächsten Part wäre das angebracht. Und... Hacken. Wir wollen... Ganz viele... Technikteile haben. Und... Ein paar Unterweltmitteile. Werden mich ganz nach ihren Spezifikationen richten. Okay. Ähm... Sagt doch mal was ihr besser findet. Was ich mehr Let's Playen sollte. Beziehungsweise worauf ich mich demnächst mehr spezialisieren sollte. Ähm... Hier die... Diesen... Diese Sache haben wir auch noch. Packen wir mal hier hin. Okay. Eins, zwei... Okay. Da hinten ist der. Es muss Einbildung sein. Aber ich könnte schwören, dass ich den Knall noch von hier aus gehört habe. Danke, mein Sith Lord. Aber es sieht so aus, als wäre der Widerstand noch nicht am Ende. Ich werde jedes einzelne Mitglied des Widerstands jagen und zur Strecke bringen, wenn es sein ist. Und Pflichte natürlich. Gut, das zu hören. Früher hatten wir den Widerstand in der Wildnis unter Kontrolle, aber sie werden frecher. Sie greifen imperiale Stellungen im alten Industriesektor von Balmora an. Wir müssen ihre Frechheit bestrafen. Lieutenant Thorpe am markaranischen Außenposten hat ein paar Ideen, wie man den Widerstand wieder auf seinen Platz verweisen kann. Ich bin auch ziemlich häufig mit meinem Charly Tate-On, also klar. Und, ähm, ja, ich mach auch schwarzes Loch und sowas. Und, äh, wenn ihr mal interessiert seid, mitzumachen, dann, ähm, könnt ihr gerne mitmachen. Einfach anschreiben. Major, wenn wir diese Versorgungsfahrzeuge nicht bekommen. Meine Leute arbeiten daran, Sir. Aber bis die Plastikstahllieferung kommt, die ich vor drei Monaten bestellt habe. Das ist mir egal. Von mir aus reißt es von den Wänden. Stimmt etwas nicht? Macht euch nichts aus dem Körner. Er ist laut und ungeduldig. Aber das sind wir angesichts des Nachschubmangels heutzutage alle. Und? Habt ihr im Labor etwas herausgefunden? Käpt'n Elon und ich haben selbst Nachforschungen angestellt, aber ohne nennenswerten Erfolg. Dazu kann ich nur sagen, wohnen möchte ich dort nicht. Hm, natürlich nicht. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Ja. Hm, dies bestätigt unseren Verdacht. Man ließ die Kulikoiden mutieren, um den Müll zu entsorgen, und es sieht so aus, als könne das dazu verwendete chemische Mutagen theoretisch funktionieren. Das ist es doch. Das ist unsere Lösung, nicht wahr? Wir replizieren einfach dieses chemische Mutagen. Äh, Sir. Es gibt da ein Problem. Ähm, gucken wir uns mal die Auflösung im Hintergrund an. Ohne ihn können wir das Serum nicht replizieren und schon gar nicht testen. Generell so Auflösung. Wir sehen uns mal an. Gucken wir mal, wie die Linien hier gezogen sind. Und, ähm, da sollte es besser werden, also. Ein dickes Minus. Ich höreste schon. Die Befehlshaber auf Drom und Kars Stufen bei Mora heutzutage nicht mehr als hohe Priorität sein. Der Wissenschaftler heißt Janus Türek. Und können auch mal gleich gucken, wie es eingestellt ist, aber... Ich glaube nicht, dass da viel zu machen ist. Siv, damit hättet ihr also euer nächstes Ziel vor Augen. Findet diesen Wissenschaftler und nehmt ihn gefangen. Meine Leute bringen ihn zurück und dann bekommt ihr die Gelegenheit, in Giftmüll zu baden. Die Republik wird heute Abend Blut schmecken. Ach ja, Siv, komm schnell zurück. Ich habe gerade gehört, dass mein Sohn seine Prüfungen auf Korriban bestanden hat und nach Balmora unterwegs ist. Ihr sollt ihn doch nicht verpassen. So. Sieht gut aus. Es sei denn... Na, ich glaube, wir sollten das doch nehmen. So. Stufe 11. 15, 11. Ja. Okay. Vielleicht mal anziehen. Bisschen Ordnung machen, so... Diesen ganzen... Match rate ich euch, unten in die Ecke zu tun. So, was ist denn das? Okay, können wir danach machen. Können wir gleich verkaufen. Schwer. Mittelschwer. Können wir gleich gucken, ob es Campwall tragen kann. Und dann... Walter. Na. Dann geht's hier... lang und dann würde ich sagen... Müssen wir kurz einen Cut machen. Da hier gerade erst so toll wieder... Nee, doch nicht. Also, wenn ihr wissen wollt, ich habe eine Nvidia GeForce GTX 650 und eine Intel iCore i5 dritte Generation. Die halten das aus, aber es ist 32-Bit und ich habe ein 64-Bit-PC. Und vielleicht kann es daran liegen, dass da... bisschen problematisch ist. Okay. Dann geht die Reise nach Mittelerde vor. Yo, und sagt doch mal genau, auch... wie ihr diese Let's Play findet. Ähm... Na, die hier brauchen wir nicht nochmal annehmen. Ich muss mal lang. Okay. Dann machen wir uns mal auf einen. Schön wie ich... Ich denke, dass ich wäre... Egal. Und jetzt ist dieser Bereich, der Erbauer hat es markiert. Nichts Persönliches. So. So muss es sein. Ähm... Nürzestoffe. Das sind sogar Sachen, wo man Millionen mitmachen kann, wenn man auch wirklich sehr viel davon herstellt. Und sie dann auch immer in ganzen Stacks rein tut oder immer... weniger, so auch... günstigen Preisen also... Weil, wenn ihr noch an irgendwie Rüstung interessiert seid... Warte, ich gucke mal... See, die Schusszieger sind alle Elite Lords, so wie es sein muss. Und wir sind... Äh... Ja, schon gerade ist das. Gut. Ähm... Codierter Save müssen wir natürlich nehmen. Sonst lohnt es sich nicht, wenn man auch wirklich manchmal einen kleinen Umweg macht. Systeme bereit? Ich zeige euch mal... Hier. 167 Credits, wenn ihr... Ich sag mal, pro Tag... Zehn Kisten bekommt. Dann habt ihr 1000 Credits. Allein durch sowas, ohne... Eigenen euer... Um ohne selber irgendwas zu zahlen, dann macht ihr 100 Credits schon mal gut. So. Ihr seht, die sind auch relativ beieinander. Dann sehen wir... Hier sind 500 Credits drin. An sich sind das nicht sonderlich viele, aber... Ich meine... Für ein Low-Level ist das schon relativ viel. Ich hatte es mal da... Ähm... Gehen wir mal schnell hier... Ah, fast. Gehen wir mal hier lang. Da hatte ich mit meinem... Frontkämpfer hatte ich, glaube ich, 20 Credits. Das ist brutal wenig. Und ich konnte nicht mal den... Gleiter nehmen. Ein Taxi. Also das ist wirklich brutal armselig gewesen. Dann habe ich ein bisschen Haken gemacht. Und hatte... Ja, die Kröster waren eigentlich auch schon. Und ähm... Hatte nach guter Zeit wirklich 20.000 Credits. Und das noch am selben Tag. Ähm... Sagen wir... Dann hier noch ein bisschen was... Erforschen. Eine Questland, was sich wahrscheinlich nicht macht... In diesem Part. Soll nicht alle solche 20 Minuten Parts werden. Zeige alle autorisierten Ziele an. So. Ist auch mal sehr nützlich. Kriegt man übrigens aus dem... Oh, da ist es noch drin, ne? Wenn ihr das kaufen könnt, dann kauft es und sagt mir Bescheid. Na, ich poste es mal kurz hier rein. Ähm... Ich kaufe WTB. Manche reagieren wirklich nur, wenn da bestimmte Sachen stehen. Das hatte ich schon gesehen. So, dieses Teil bekommt ihr aus dem... Vierraser-Paket hier für 375. Relativ wenig. Ähm... Ist auch einiges drinne. Aber ich meine... Ich habe schon in einem anderen Video sogar was darüber gesagt. Und dann hören wir... Ihnen zu. Ich hatte mich schon gefragt, wann es euch wohl an die Front verschlägt. Ich bin Tüfter 66. Ich gehöre zur Einsatzabteilung des imperialen Geheimdienstes. Und... Falls ihr einen Moment Zeit habt, möchte ich euch gern was zeigen. Wie ich sehe, überwacht ihr die Kommunikation. Was muss ich noch wissen? Links ist eine gewöhnliche republikanische Com-Einheit, wie sie Widerstandskämpfe erhalten. Bestimmt habt ihr schon hunderte davon gesehen. Was das mit den Klöpfigkeiten angeht, Ich habe dazu auch ein Tutorial gemacht. Ähm... 29 Minuten, 59 Sekunden dauert es ist. Wenn wir jetzt genau sein wollen. Ähm... Guckt es euch an. So ungefähr würde ich sagen, bis Level 20 sollte man... Auf 100 jeder Seite sein, also Hacken und so'n Kram alles. Dann bei Level 30... Ähm... Bei 200, 40, 400... Äh... 300... Und 50, 400... Und 55 natürlich hier und 50. Ähm... Ich mache mit dem Char jetzt nicht besonders nicht viel TrueSkills, weil... Ich bin dabei. Ja... Können wir machen, ähm... Weil ich bin hier jetzt eher da, um zu zeigen, wie es mit dem Char läuft. Flüssigkeiten habe ich auch im Tutorial gezeigt, wie das genau läuft. Das ist auch wirklich ein langes Kapitel. Okay. Dann kannst du gleich weitermachen. Weil wir holen nicht mal. So, mal sehen, ob der sowas überhaupt schon drin hat. Ja. Okay, ähm... Den Rest kann man natürlich verkaufen, würde ich sagen. Na, verkaufen heißt, draufklicken, sag. Es kommt nach unten, kommt hier rüber. Anderen Gefährten holen, den wegschicken, und technikteiler. Beim Anfall. Dann holen wir uns noch eine Cross-Buy-Mail-Satz. Vielleicht weiß ich eine andere Möglichkeit. Mein Sith Lord, ich bin Major Tairos, Kommandant des 2. Bataillons. Wir haben eine Notsituation. Ich brauche eure Hilfe und eure Diskretion. Es geht um einen Rettungseinsatz, der sofort gestartet werden muss. Wenn das so dringend ist, warum dann eine verdeckte Aktion? Weil es die Kernels gar nicht gerne sehen, wenn man einen kompletten Zug mit den besten Soldaten nicht mehr findet. Wir haben sie in die Okara Droidenfabrik geschickt, um dort eine geheime elektronische... So, dann haben wir auch gleich 17 Minuten fertig. Ich glaube, das reicht dann. Ähm, müsst ihr euch wirklich nicht alles immer zu lange part sein. Wo ist der Rest von eurem Bataillen? Ähm, ja. Wollt ihr es genau wissen? Da ist nicht viel übrig. Ich habe den Rest der Bash-Kompanie und zwei weitere, die Rebellen im gebrochenen Tal ausschalten. Sie würden es nur ihr Recht an die Zurückchen. Ähm, was es noch mit Let's Plane angeht... Ich glaube, ich spreche gerade mit ihr. Es wäre mir eine Ehre. Ich wurde auch gefragt, ob ich das auf Englisch lässt werden könnte. Dann würde ich das aufnehmen, so wie ich es mache, halt mit Odessit hier aufnehmen. Und dann würde ich mir das nochmal angucken... Dann würde ich das halt nochmal auf Englisch oder was weiß ich auf welche Sprache nachsprechen. Weil dann wäre die Sprache hier auf Englisch, würde ich das umstellen. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, die Quest haben wir hier jetzt alle. Können wir auch im nächsten Part machen. Deswegen verabschiede ich mich. Wir gucken nochmal nach, ob wir hier... 41. Muss man ein bisschen was ändern. Ja, ähm... Damit danke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass... Ja, die ganzen Quest kommen im nächsten Part, wie gesagt. Ähm... Jo. Kommentiert und abonniert, dann sinken wir nochmal. Wie immer. Und dann... Jo, wer mitmachen, wir können auch mal mitmachen. Wir haben immer einen Platz frei. Und dann... Sag ich nur noch... Ciao. Ciao.